Hallöchen, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. So, wir reparieren wieder unser Schiffchen, weil der Haifisch hatte Hunger auf Holz. Der ist veganer. Außer es wären jetzt hier Holzschwimmer drin, dann ist das nicht. Aber wir nehmen mal an, das ist nicht der Fall. Ja, ich sehe schon, wir haben Hunger. Das heißt, ich esse jetzt mal unsere Ananas weg. So. Und unser gebratenes Gmiers. So. Und, Daumen, die Melone fressen wir auch noch weg, weil die ist sehr ausgiebig. So. Jetzt müsste mal Ruhe sein hier. Denn, jetzt müsste Ruhe sein, kommt ne Möwe, ne? Ist eh klar. So, wir hauen jetzt mal... Ah, das geht noch nicht. Ach, komm, ich dachte schon, die wäre fertig. Ich brauche ja Holz, Mando. Vogelnest. Planken. Stimmt, da war ja auch wieder was. Ach, du Heilige. So, wie schaut es mit unserem Kunststoffbeutel aus? Einmal können wir noch stacken, dann sind wir hier voll. Futtertechnisch. Ja, ich könnte ein bisschen fischen, da war stimmt, habt es recht. So, gehen wir ein bisschen angeln. Ah, dass wir irgendwas tun. Zum Zeitdotschlagen. So. Da haben wir einen ersten, der wir nicht braten können, weil der zu groß ist. Das ist eh furchtbar. Heißt das, wir können dann später mal so richtige Öfen oder so haben, eventuell? Das wäre cool. Lachs haben wir bekommen. Ich schaue mal, ob wir den braten dürfen. Passt nicht hier hin. Ja. Zocki, atme. Das hast du fein gemacht. So. Es ist echt eine Schande und eine Frechheit. Und wir haben keine Sämlinge mehr. Das ist eine Schande und eine Frechheit. Duk. Jawohl. Da muss unser Floß auch schon mal protestieren. So kann das nicht weitergehen. So. Schuh. Einmal, zweimal. So. So. Ich werde hier auch gleich mal ernten. So. Ähm. So. Na. Geht ja. Gleich wechseln auf die Rübe. Sonst setze ich nämlich unabsichtlich das Falsche an. Und dann natürlich gießen. Einmal. Zweimal. So. Ui. Und einmal. Und zweimal. Sind die jetzt mal fertig? Die Herrschaften. So. Einmal. Zweimal. Jetzt geben wir langsam auch schon die Planken aus. Das heißt, das mit dem Essen wird jetzt auch schwer. Jawohl. Jetzt sind sie fertig. Zweimal. So. So. Und einmal bauen. Und hier kaputt machen. Äh. Was? Das habe ich gar nicht getroffen. Unglaublich. Das habe ich gar nicht getroffen. Idioten. Es ist ja nicht zu glauben. So. Zack. Äh. Zack. Da muss ich ihre Planken nachlegen. Das ist halt doof. Oh. So. Aha. Da dürfte es sich jetzt gerade um eine Haifisch-Dingsbums gehandelt haben. Ich muss mal kurz den wegschufen. Oh. So. So. Die Rübe will ich, wollte ich aufheben. Ähm. Rohes Fleisch platzieren. Rübe. Essen. So. Geht ja. Blanke. Wie viel habe ich noch? Fünf. Scheiße. Warte. Nicht zu viel. Ähm. Nein. Du sollst hier hoch. Bitte. Danke. Warte. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Nein. Das will ich gar nicht bauen. Das will ich bauen. Ob ich jetzt schon rüber darf? Oh. Glück gehabt. So. Und geht's schon. Fröhliches Gemetzel. Hui. So. Sehr gut. Gelbe Blume brauche ich jetzt nicht. Ähm. So. Die Ananas nehme ich mit. Waren sie eben nicht dabei? Ja. Eins. Zwei. Aha. Da fehlt schon etwas weg. Was ist das? Palmsam. Ähm. Was kann ich essen? Die Ananas futte ich jetzt. Oder war die Melone? So. Das haben wir. Da haben wir Blümchen. Noch eine Ananas. So. Und noch ein Bäumchen. Was fliegt denn jetzt schon wieder weg? Ich glaube das waren Blätter. Ähm. Würde ich sagen. Erst machen wir die Kokosnuss weg. Von der haben wir eh genug auch. So. So. Dann können wir die Blätter mitnehmen. So. Hier haben wir noch Bäumchen. Genau. Zwei Stück sogar. So. Weil die Vogelnester möchte ich sehr gerne bauen. Aber dafür brauchen wir halt jetzt einen Haufen. Von Planken. So. Mal schön futtern. Also jetzt haben wir mehr als wie satt. Da gibt es. Da kann man jetzt nichts mehr dazu sagen. So. Wo ist das hingeflogen? Äh. Hallo. Weg. Einfach so weg. Da hätten wir noch eine Ananas. Und keine Bäume mehr. Sehe ich das richtig? Keine Bäume mehr. Nein. Okay. Dann. Hü hüpf. Einmal runter. So. Ich stelle jetzt mal her. Ein Vogelnest. Zwei Vogelnester. Dann möchte ich gerne haben. Mir fehlt jetzt was. Da war ja noch nichts. Okay. Ich möchte gerne versuchen, diese Anhöhe da zu machen. Das da. So was. Und darauf wollte ich eigentlich das Vogelnest stellen. Sie brauchen aber Platz, hat es geheißen. Vielleicht hätten die Vögel auch gerne ein bisschen so unterdacht. So Schutz. Aber ich glaube, eher umso höher, desto besser. Die zwei wachsen da hinten schon. Ich werde es mal da oben probieren. Hier so mit einem. Würde ich sagen so. Dann möchte ich gerne probieren. Ein Vogelnest hier drauf. So. Und hoffen wir mal, dass das funktioniert. Das zweite Vogelnest könnte man hier unten, aber wenn sie so viel Platz brauchen, sollte ich es vielleicht nicht riskieren. Vielleicht dann da drüben mal ein zweites, aber derweil noch nicht. Hier vielleicht eventuell. Warum eigentlich nicht? Könnte man machen, ne? So. Kann ich jetzt, darf ich jetzt noch sowas bauen? Ja. Das ist sehr gut, weil dann falle ich nicht unbedingt runter hier. Das passt gut, glaube ich. So. Mal schauen, ob das klappt. Ob die Möwen jetzt dafür meine Beete hier in Ruhe lassen und da oben dafür sich ein Plätzchen nehmen. Ähm. Tauchen wäre jetzt auch noch so eine Geschichte, ne? Muscheln, glaube ich, haben wir jetzt alle. Au. So. Au. Okay, ich schwirre mal wieder hoch. So. Ein bisschen genesen. Was auch noch cool wäre, wäre noch so ein drittes oder ein viertes von diesen Dingen hier, dass wir auch schneller Holz bekommen. Wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. So. Oh, dahin habe ich vergessen zu gießen. So. Ich bin echt gespannt, ob da oben sich dann mal eine Möwe hin platziert. Das wäre echt cool. So. Ein bisschen Ruhe geben. Ähm. Genau. Essen. Großer Fisch kommt rein. Wo ist jetzt mein Lachs? Habe ich den unabsichtlich weggeschmissen? Nein, habe ich woanders hingelegt, glaube ich. Hier war er. Genau. Fischi, Fischi. Ananas lasse ich. Ananas-Samen haben wir da. Das passt gut. Die tun wir mal wieder hier rein. Das kommt da rein. Ähm. Das ist für später. Einfaches Bett. Gut. Ähm. Ah. Das mit der Möwe kann ich gleich vergessen. Muss man hier noch was machen vielleicht? Keine Ahnung. Egal. Wie schaut es bei dir aus? Da fehlen natürlich Blanken, glaube ich. Mhm. Selbstverständlich. Ähm. Haben wir hier Ton? Ja, wir haben Ton. Das freut mich. Weil jetzt können wir probieren, diese Tonschale zu bauen. Die war hier. Ich habe keine Ahnung, wofür die ist. Vier Tonschalen. Sehr gute Tonschale. Und was kann man daraus machen? Erforschen kann man mal nix. Okay. Warte. 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 Wenn ich jetzt hier eine Tonschale drauf. Okay. Ich dachte nur. Ich habe nur gedacht, dass ich das vielleicht was bringen könnte. Aber allem Anschein nach glaube ich nicht. So. Dann werden wir hier mal die Rüben machen. Ich habe keine Ahnung, wofür das Zeug ehrlich gesagt ist. Überhaupt. Kein Plan. Ähm. So. Noch ein zweiter Ananas-Samen dazu. So. Der Rest kommt wieder rein hier. Das kommt da rein. Ähm. Fertig. Soweit ich das sehe. Ähm. Blümchen habe ich eh keine. Wir haben unseren Kunststoffbehälter. So. Da machen wir voll. So würde ich sagen. So. Schuh. Baut da oben dein Nest. So. Ähm. Würde ich sagen. Essen. Sind wir wieder genesen? Ja. Ja. Ich dachte schon, wir werden weggetrieben. Dabei passt der noch. Oh. Ähm. Stimmt. Ich habe aber keine Planke mehr zum Reparieren. Nein. Das könnte gefährlich werden. Aha. Au. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Seetan gefunden. Au. Noch einen überlebe ich nicht. Ich muss auftauchen. Boah. Puhi. So. Seetan gefunden. Schön. Ach. Schmelze zum Klipper machen. Wie komme ich zum Henker nochmal? An die Schmelze. Da bräuchte ich... Bräuchte. 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 Erforscht. Da bräuchte ich doch diesen... Was ist mit dir, Gschuh? Äh. Was wollte ich sagen? Da brauchte ich, glaube ich, schon diesen mit... Meine Güte. Der ist echt... Du bist unfassbar lästig. Mistviech. Was wollte ich jetzt sagen? Da brauchte man irgendwas. Metallbahn, glaube ich. Topf. Fernglas. Sauerstoffflasche. Die hätte ich gebraucht. Ah, da brauch ich den noch. Gschuh. Wie kriege ich das hin? Dann hier Empfänger. Stationärer Anker. Ah, der nicht mehr weg geht. Oder wie? Da brauche ich Metallbahn. Klar. Netzwerfer. Richt ihn auf Tiere, um es zu fangen. Okay. Wahrscheinlich Möwen. Eine Wiese. Gras für deine Tiere. Ach so. Okay. Da brauche ich Schmutz. Wo kriege ich Schmutz? Ah. Brauche ich da nicht noch eine Schaufel dafür? Federn, Antenne, Schaufel, Metallbahn, schon wieder. Einen Rucksack. Mhm. Vergrößert auch dein Inventar. Da brauche ich was noch? Leder, glaube ich. Und? Wolle. Mhm. Metallspeer. Das wäre halt cool. Sehr große Tonschale. Ganz normaler Ton. Gelernt. Ach so. Passt schon. Gelernt. Hm. Heilsalbe. Da braucht man ein Ei dafür. Vielleicht kann man das als nächstes. Mit ein bisschen Glück. Ah, wie das mit der Schmelze geht. Hängematte. Fortschrittlicher Grill. Das mit der Schmelze muss ich noch rausfinden. Ob ich das eventuell schon... schon kann und ich nur dumm bin, das könnte auch sein. Das könnte natürlich auch sein. Hm. Weil hier brauche ich noch diesen Klipper. Reinigen besseren. Da brauche ich Glas. Kann man nur Essen damit kochen. Hm. 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 Wir können schon einen Teppich herstellen. Das will ich mal probieren. Ein Teppich. So fürs Bettchen hätte ich gedacht. So ein bisschen mittig. Ja, das schaut lieb aus. Das ist schön. Aber nichts Wertvolles. Also nutzbares. Also... Und da unten bin ich ja eigentlich jetzt auch fertig, mehr oder weniger. Ein bisschen Seetank, wenn ich noch kriegen könnte. Das wäre halt schon cool. Aber das scheint hier schon alles gewesen zu sein, ne? Halt. Da war was. Äh. Hä? Ah, da gibt's nur das hier. Au. Okay, ich muss wieder weg. So. Da muss das bisschen Seetank reichen, das wir bekommen haben. Dann würde ich sagen, licht mal wieder den Anker. Sofällig, dass ich das jetzt überlebe. Ups. Barst. Und hau mal hier ab. So. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Möwen da oben gar nicht nisten möchten. Wahrscheinlich, weil ich dieses Futter erst machen müsste, ne? Das könnte sein. Dass die erst quasi ein Paet für sich selbst brauchen. Hm. So. Das erklärt so einiges. So. Ernten. Braucht Wasser eben, wollte ich gerade sagen. Da geht dir nichts zum Ernten. Äh. So. Den versuche ich zu kriegen. So. Jawohl. Tada. Ja. Da. Blanke. Sehr gut. Ähm. So. 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 Gut. Kann man den Seetang? Kann man nicht. Nein. Ich wollte gerade fragen, ob man den eventuell kochen kann. Gehört aber eher. Ähm. Nein. Ich würde eher sagen, hier so rein. Da. Jo. Sand hätten wir wieder einen Haufen. Schrott hätten wir auch wieder ein bisschen. Wo ist er? Hinter mir. Da. Ähm. Danke, du Scheißhai. Vielen Dank. Das war zu freundlich. Alles nur, weil ich keine Planken habe. So. Einmal reparieren. Falls noch was zum Reparieren geht hier. So. Mit ein bisschen Glück kriege ich noch das Fass da drüben. Jawohl. Und vielleicht auch noch hier. Muss ich wieder husten. Ja. Husti, hust. So. Jo. Ein tiefer, wehmütiger Schnaufer. Ähm. Ich brauche Wasser. Um meine Pflanzen zu gießen. So. Ich sollte selber auch mal einen Schluck trinken. Kann ich dich jetzt woanders hinstellen? Platz hätte ich. Oder ist der jetzt ganz kaputt? Ich glaube, der wird ganz kaputt sein, ne? Kann ich den überhaupt woanders hinstellen? Entfernen geht noch, ne? Geht das mit dem Hammer? Warte mal. Drehen, entfernen für weitere... Hm. Ich kann ihn nur entfernen, ne? Ja. Das war auch dringend Not, das hier zu reparieren. Das heißt, ich muss den komplett neu bauen. Mhm. Das war jetzt mal... ...ein Test. Natürlich fehlen mir Planken jetzt, ja? Das ist so sicher und so klar. La 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 la. Habe ich jetzt genug? Nein, vier erst. Vielleicht kriege ich die Blanke noch. Jawohl. Ui. Da drüben ist was für uns. Und da ist auch noch ein Fass. Das muss ich zuerst holen. Passt. So. Ähm. So. Ja, das klappt. Bild zu extrem, glaube ich. Na, würdest du? So. Perfekt. Naja, vielleicht ein bisschen zu viel. Ach komm, ha? Ach, das passt genau. Sehr, sehr gut. Passt. Ähm. Das mit dem ist ein bisschen komisch. So. Okay. Glas haben wir bekommen. Sehr, sehr gut. Äh. Sehr, sehr gut. Jetzt fehlen nur noch drei Stück. Kamera, da sind auf einmal reinigen. Okay. Wir werden trotzdem nochmal den herstellen. Äh, wo ist er hin? Da. Zweimal. Ach so. Okay, er ist doch nicht kaputt gegangen. Okay, ist egal. So. Einmal. Und. Ich würde sagen, gleich so nah wie möglich ran. Zweimal. So. So. Gut. Dann wäre es auch schön, hier eigentlich noch eine, noch eine Dings aufzustellen, ne? So eine Lampe. Das haut nicht so hin mit diesen Nestern, aber ich glaube, das liegt wie doch daran liegen, wahrscheinlich, äh, mit wem werden, haben wir zu viel Bewegung hier unten, dass es den Dierchen stört, oder, muh, keine Ahnung. So, wir sind auch mal durstig. So, und hungrig auch schon. Da werden wir den hier verknuspern. Mahlzeit. So. Jetzt suche ich den Wasserreiniger, ne, der hier noch stand. Ha, da habe ich den hier extra umgestellt. Ich poste. Alter. So. Vielleicht können wir das Plastik auch mit. Sehr gut. Sehr gut. Wunderprächtig. Ha? Da drüben, glaube ich, haben wir was gefangen. Super. 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 Ähm, gut. So. Ja, ja. Na, der Speer ist schon wieder kaputt. Mhm. Das geziemt sich aber nicht. So. Arscheloch. Ja. Ist nett gemeint. Freundlich und nett. Nägel brauchen wir wieder einen Haufen. Da können wir so tatsächlich eins können wir herstellen. Hm. Nee. Habe ich jetzt noch Gemüse mit dabei? Nein, da muss ich was holen. Ah, warte. Haben wir was Fertiges? Tatsächlich. Habe ich jetzt noch mehr Rüben. Und die Karte. Äh, da haben wir noch mehr Rüben. Okay. Was die Erdtopfel brauchen noch ein bisschen. Ähm, halt. Wolle ich nicht nehmen. Da ist fertiges Wasser, Zocki. Merkt ihr das? So. 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 Hier werde ich auch noch so ein Eck, glaube ich, machen. Oha, dass es mir leichter fällt, ähm, so. Dass es mir leichter fällt, hier, ähm, einzusteigen quasi, ne? Hier so. Oder zumindest eines. Weißt du, damit ich hier leichter, ne? Und so. Tada. Sehr gut. Ein Haufen Schrott. Das gefällt mir. Gibt es noch so einen Reiniger für uns? Zum Bauen. Blankenfell natürlich. Logisch. Halt. Oha. Da kommt's. Jawohl. Sehr, sehr gut. So. Zack, zack, zack. Boah, da haben wir Sachen gesammelt. Nicht schlecht. Sehr, sehr gut. Ähm. Oh je, der Part ist schon wieder gleich zu Ende. Mann, das ist so. Das ist richtig arg. Ach so, die Stiege wollte ich eigentlich bauen, ne? Geht die jetzt? Die ist grün, tatsächlich. Die wollte ich ja eigentlich jetzt hier hin bauen und die hier kaputt machen, ne? So, machen wir die mal kaputt. Weil ich wollte hier zu machen. Ne? Das geht sich vielleicht heute noch aus. So, in der Hoffnung, dass es klappt. Einmal grün. Aber hier spinnt's nach wie vor. Wahrscheinlich, weil hier jetzt wieder eine Wand gehören würde. Geht das jetzt auch, Moment. Geht das jetzt auch hier mit? Wenn ich den jetzt da hin baue? Zum Beispiel. Also so. Geht jetzt da der Boden? Ja, alles klar. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann können wir, dann müssen wir nicht unbedingt Wände ziehen. Dann würden auch diese Stützen hier helfen. Okay. Okay. Passt. Gefällt mir. Natürlich fehlen jetzt wieder Planken. Aber eine hätte ich noch. So. Ja. Okay, das klappt dann schon mal gar nicht so schlecht. Wenn man das jetzt alles mal weiß, ist das schon mal okay. Dann würde ich hier trotzdem noch gerne eine Wand bauen. Ganz einfach, weil... Oh, aber zuerst das Fass holen, wenn möglich, noch. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Aber jetzt vielleicht. So. Jawohl. Und der Part ist schwer zu Ende. Es ist schrecklich. Eine halbe Stunde ist nix in dem Spiel. Nix. Da rennst du zwei Mal mit dem Kreis und es ist schon wieder vorbei. Das ist echt nix. Aber ich bin wirklich am überlegen, offscreen einfach ein bisschen mal da zu bleiben und so richtig, ne richtig, richtig, richtig große Menge an diesen Lagerkisten zu bauen und einfach die voll zu hauen mit, mit Balmgeschichten. Oh, ich, dass ich jetzt was baue, ne? Einfach nur auf dem Ozean herum schippern, einfach mal das Zeug einsammeln, damit wir im nächsten Part mal was bauen können vernünftig, ne? Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Da ist wieder ein Fasel. Äh. Fass? Weg. Alter, so geht das nicht. Ah, das war zu weit. Ah, das war zu dumm. Ah, aber hier habe ich eins. Hallo. Ähm. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Kann ich hier eigentlich durch? Tatsächlich, das geht auch. Okay. Dass ich eben einfach hier so mal so irgendwie so ein Räumchen baue und hier vor allem diese Netze fertig ausbaue, dass ich maximal nur die Netze baue und, ähm, ja, boah, und den Haifisch umbringe. Da, du Scheißstecken. Ha, einmal haben wir noch den Wisst. Mist, Kerl. So. Ich glaube, das könnte ich tatsächlich mal so, so offscreen einmal. Mal machen, glaube ich. Einfach Materialien sammeln. Weil das ist für das Let's Play echt langweilig. Und damit man dann einfach super geil bauen kann. Weißt du, so Inseln anfahren, einfach nur Holz sammeln. Mehr nicht. Ich glaube, das werden wir machen. Ihr Lieben, das war's, opa, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.